Und jetzt Bellarabi, über die Grätsche springt, Schussversuch. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen, und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen. Da macht der Torhüter gar nichts, der Ball schlägt direkt unter der Latte ein. Da gab es wirklich nichts.